Halleschön und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, ich weiß, ich hatte euch eigentlich ein aufwendiges Video diese Woche versprochen, es ist aber zeitlich ein bisschen knapp geworden. Deswegen dieses Video. Es ist eigentlich nur, um euch mal auf etwas aufmerksam zu machen. Ich habe das nämlich noch nie so angesprochen, ich habe einfach, ich streame Leute. Es gab mal ein paar Videos zwischendurch, wo man das gesehen hat, aber ja. Ich habe jetzt ein Overlay hier gebastelt. Man kann jetzt den Chat in den Stream sehen, für die, die im Stream waren, die wissen, das konnte man vorher nicht, jetzt kann man es. Hier sieht man es gerade nicht, weil die Monitoraufnahme hier, mit der ich hier dieses OBS filme, ist eigentlich auch gar nicht drin. Also, die soll hier gar nicht hin, die ist jetzt nur für diese Aufnahme hier. Ich nehme dadurch auch immer mit der Stream-Szene auf. Genau, im Stream machen wir sowas wie Musik oder wir programmieren. Wir haben ein Spiel, das wir Community-Technik programmieren. Ähm, und ja, wir programmieren, wir machen Texturen für das Spiel, wir machen Musik auch für das Spiel. Wir machen generell auch einfach mal Musik, auch manchmal ein paar Challenges. Zum Beispiel das, ähm, das Song-in-einer-Stunde-Video von mir. Das war auch derart. Ähm, genau. Ähm, dann spielen wir Yu-Gi-Oh! Wir machen, wir quatschen, wir machen alles Mögliche. Es gibt nichts, was wir nicht machen. So, wir gucken auch manchmal Videos. Ähm, im Stream mache ich auch einfach vor allem vieles, was ich, ähm, wie soll ich das sagen? Was ich halt auch als Video nicht mache, weil es teilweise auch einfach nicht gut ankommen würde. So, ich mache etwas, was mir sehr viel Spaß macht, aber ich möchte halt das machen. Und wenn mir denn, wenn ich denn auf einmal was anderes machen möchte, möchte ich ja trotzdem noch das machen. Und dann mache ich das und mache das andere halt im Stream. Das ist genauso gut so. Generell, Stream ist einfach auch etwas, das macht mir mega viel Spaß. Ich streame jeden Freitag. Ähm, informiert werdet ihr über den Community-Tab und über den WhatsApp-Channel. Ähm, zum Community-Tab, ähm, genau. Ich habe vorher auch schon immer da angekündigt, wenn ich streame. Ja, aber Community-Tab, das sieht halt niemand, gell? Also, das sieht halt wirklich niemand. Deswegen, ja. Ähm, ja. Genau als Kategorien haben wir halt so wirklich Programmieren und das Programmierfenster, also Visual Studio, Musik, YouTube, Pubnetz. Ich weiß nicht, ich werde bestimmt auch noch mehr hinzufügen. Ich habe jetzt bestimmt nicht an alles gedacht. Ich habe mir das Overlay nur so ein bisschen gebastelt. Ja, Stream start. Bam, 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 bam. Ähm, ja. Ich wollte halt nur mal darauf Aufmerksamkeit machen, dass ich halt auch streame und auch... Da habt ihr eine größere Auswahl an dem, was ich mache, so. Also, im Stream mache ich halt mehr Sachen. Ich mache im Stream, ähm, halt alles, worauf ich einfach Bock habe, so. Ähm, und ja, ihr seht da einfach ein bisschen mehr. Und ihr könnt ein bisschen mehr mit mir reden. Apropos reden, Podcast startet bald wieder. Ich habe dir jetzt eine Pause gemacht. Das erkläre ich dann auch noch im Podcast. Da gibt es auch eine kleine Änderung, aber startet bald wieder. Ja, ich versuche gerade noch irgendwie auf Krampf das Video ein bisschen zu strecken, ähm, weil ich tatsächlich wenig Zeit habe nur noch. Ähm, ja. Ich wollte jetzt einfach mal loswerden, dass auch einfach wirklich einmal klar gesagt ist, dass ich streame. Ihr könnt das, ihr könnt das gucken. Das ist hier auf YouTube, auf genau diesem Kanal, wo ihr das jetzt seht. Ähm, da bekommt ihr auch manchmal so Leaks von den nächsten Songs, die auf Sky fahren. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hoffe ich mal, das Video hat euch trotzdem heute einigermaßen gefallen. Ihr bekommt von mir ein Raues. Ciao!